Das, was wir von der AfD gehört haben, ist ganz besonders amüsant. Sie scheinen die Rechtslage bis 2005 überhaupt gar nicht zu kennen. Denn bis 2005 gab es dieses Kooperationsverbot, das wir jetzt lockern, überhaupt gar nicht. Und in der Schweiz, der Musterföderation der Welt, dort gibt es seit 2005 ein Kooperationsgebot, Herr Kollege, zwischen den Kantonen. Sonst nehmen Sie sich an der Schweiz doch immer gerne ein Beispiel, warum nicht in dieser Frage? Und es ist schon interessant, dass die AfD die einzige Partei in diesem Hause ist, die das nicht verstehen will, die offensichtlich das Ohr nicht an den Sorgen der Bürgerinnen und Bürger hat. Bei Ihnen treten offensichtlich keine Bürger in der Bürgersprechstunde auf, die Ihnen sagen, dass die Verhältnisse in den Schulen dringend verbesserungsbedürftig sind. Wir sehen das und wir werden das auch ändern. Der Kollege Gesine Lötzsch eben versprochen, dass ich Sie kritisiere. Gesine, du hast ja gesagt, dass gerade ihr Linken für sozialen Wohnungsbau steht. Das freut uns. Dann müsstet ihr es in Berlin auch machen und nicht laufend verhindern. Ich möchte aber auch so klar sagen, um jetzt nicht dem Gefahr der Gleichmacherei zu unterliegen, dass wir das auch ganz anders von der FDP kennen, wenn wir an das verkorkste Polizeigesetz in Nordrhein-Westfalen denken, das schon im ersten Entwurf so verfassungswidrig wäre und tatsächlich zurückgezogen werden musste. Und nun wollen wir es doch, und da ist da vielleicht der Bogenschlag zur FDP, die sich, also der getroffene Hund scheint laut zu bellen heute Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Dabei war doch der Brückenbau, halten wir es doch gemeinsam mit Willy Brandt, im Zweifel für die Freiheit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Großen Koalition kann man nur sagen, nehmen Sie sich endlich selbst beim Wort. Fragen Sie sich, warum eigentlich alle großen IT-Infrastrukturprojekte der letzten Jahre mit Milliardenkosten gefloppt sind. Machen Sie Deutschland endlich tatsächlich zum Verschlüsselungsland Nummer eins auf der Welt und durchgehende Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zum absoluten Standard bei allen IT-Projekten. Und Marianne Wendt, das tut man nicht durch Reden, sondern da müssen Sie hier im Haus Gesetze machen. Papier ist geduldig und Sie müssen Gesetze machen. So, jetzt lasse ich aber abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD. Federführung beim Ausschuss für Inneres und Heimat. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Und wer stimmt dagegen? Tja, jetzt ist es aber... Ja, jetzt machen wir doch kein... Nicht doch mal so ein Theater, oder? Das kann heute werden. Das ist schon peinlich, dass die Regierungsfraktionen hier nicht die Mehrheit sichern können, ne? Das ist ja ordentlich. Heiko, Heiko, eine Ehre ist immer gut gefühlt. Also, es hat schon eine gewisse Ironie, wie hier Mehrheiten organisiert werden. Also, noch mal, wer stimmt für den Überweisungsvorschlag der Großen Koalition, der SPD und der CDU, CSU? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Gut. Dann ist der Überweisungsvorschlag so angenommen, und Sie können wieder die ursprünglich eingenommenen Plätze einnehmen, sonst ist hier ein bisschen arg leer. Ja, im Moment sind wir regierungslos. Fällt es Ihnen da unten besser? Gut. Die Bundesregierung hat von Anfang an die Öffentlichkeit frühzeitig in die Aushandlung des globalen Paktes eingebunden. Und das können Sie nachlesen, auf den sozialen Medien, im Internet, überall ist dieser Pakt und die Verhandlungen darüber sehr offen dargestellt worden. Bei mehreren hochrangigen Konferenzen zur Migration haben wir über die Verhandlungen informiert. Auch der Bundestag war eingebunden und hat schon im April über den Pakt diskutiert. Dieser Pakt ist auch im deutschen Interesse. Im deutschen Interesse. Verstanden? Dieser Pakt ist ein trojanisches Pferd. Er soll die Beendigung chaotischer Zustände suggerieren und birgt in seinem Inneren unzählige neue Probleme. Frau Merkel, die sich gerade davon stiehlt, will ihre Urkatastrophe von 2015 in einem globalen Migrationsplan verstecken und doch nachträglich rechtfertigen und vor allem für die Zukunft auf Dauer stellen. Deutschland war maßgeblich federführend. Und weitere falsche Etiketten. Positive Auswirkungen, heißt es da. Herr Dr. Curio, erlauben Sie eine... Nein, grundsätzlich nicht. Positive Auswirkungen, Unverträglichkeiten, sozial und kulturell, werden von Ihnen komplett ignoriert, wie in Deutschland üblich. Quelle von Wohlstand ist Migration unter solchen Voraussetzungen nie, sondern von Chaos, Gewalt und Verdrängung. Millionen wanderwilliger Afrikaner sitzen auf ihren Koffern. Der Pakt verheißt denen die soziale Hängematte. Und wir sollen sie aufspannen, moralisch geknebelt durch eine vorgebliche humanitäre Verpflichtung. Bei uns darf der Rentensatz ins Bodenlose fallen, aber 50 Milliarden Euro pro Jahr für Asylforderer. Und diese Ausbeutung, jetzt globalisiert, unendlich vervielfacht von Frau Merkel, aber wird Souveränität und Interessenvertretung des eigenen Landes, eigentlich ihr Amtseid, als Nationalismus verleumdet. Sie arbeitet gegen die eigene Bevölkerung. Wer diesen Pakt unterschreibt, gehört abgewählt. Schöne neue Welt. Der Pakt verschafft uns dann ein alljährliches 2015 ganz unverbindlich. Denn so soll es in der Union jetzt weitergehen mit einem ab Dezember kontinuierlichen Weiter-so. Der absolut konstanten Katastrophe, kurz AKK. Das schaffen wir auch nicht alleine. Auch wenn es so schön einfach wäre zu sagen, das kann man alles nur bei uns regeln. Dieser Pakt soll erstmals einen unverbindlichen Rahmen schaffen, der eine internationale Zusammenarbeit in der Migrationspolitik dokumentiert. Und wie man sich über einen unverbindlichen Rahmen so aufregen kann, da muss ich ganz ehrlich sagen, darüber kann ich mich nur wundern. Wir wollen... Frau Lindholz, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Gegner von der AfD-Fraktion? Also, in der Regel beantwortet das die Gefragte selber. Frau Lindholz. Ja, ich lasse die Zwischenfrage zu. Bitte, Sie. Nein, nicht Sie, er war zuerst dran. Nein, Herr Hegner war zuerst. Ich lasse eine Zwischenfrage. Nein, Sie habe ich... Sie dürfen sich jetzt entscheiden, wer. Ich lasse eine Zwischenfrage zu. Und Hand in Hand, ja, das passt genau perfekt mit dieser rechten Allianz, ja, inklusive identitären, abstrusen, esoterischen Verschwörungstheorien, kruden Umvölkerungsthesen bewegt sich die AfD. Und ich muss Ihnen auch sagen, Sie haben hier nicht das Thema aufgesetzt. Das war schon lange eine Debatte. Und der erste Antrag kommt übrigens von uns Grünen. Das können Sie einfach am Datum nachlesen. Stellt sich ein Herr Gauland in der letzten Debatte hierhin und verspottet das mit, ich zitiere, weniger empfindsame Gemüter nennen das Einwanderung in die Sozialsysteme. Ich frage Sie, was heißt das eigentlich in der Konsequenz? Ist es Ihre Position, dass Kinder mit Migrationshintergrund keinen Zugang zu Bildung und keinen Zugang zu Gesundheit erhalten sollen? Ja, ja, ich höre Sie hier vorne so schlecht, ich weiß nicht, wie Sie sonst miteinander in der Fraktion umgehen. Aber hören Sie doch erst mal zu, dann lernen Sie etwas über unseren Antrag und dann können wir darüber diskutieren. Frieden zu schaffen, meine Damen und Herren, wenn wir bei Klima, bei Handel, bei Energie, bei all den Fragen sagen, wir brauchen mehr internationale Zusammenarbeit, dann zu sagen, bei der Frage von Migration reichen Beschlüsse in einzelnen Nationalstaaten. Das ist naiv und das ist sogar ziemlich dumm, mit Verlaub. Zwischenfrage aus der AfD-Praktion. Ja, selbstverständlich. Ich habe die Frage, Herr Zemiak, Sie sagen gerade, es ist in dem Fall, dass man mit anderen Ländern kooperieren muss. Und ich habe die Frau Merkel noch im Ohr, von wegen, es müsste eine europäische Lösung geschaffen werden. Jetzt schauen wir uns doch mal die europäische Landkarte an, der Zielländer. Übrigens, Russland ist ja kein Zielland dieser Migration, aber gehen wir die anderen Länder an. Russland wird übrigens auch aussteigen dann. Aber schauen wir uns die anderen Länder an. Ich habe viele Gespräche mit Botschaftern geführt, europäischer Länder und auch mit Parlamentariern. Und schauen wir uns die Landkarte doch mal um Deutschland herum an. Da wird Dänemark rausgehen, Polen, Tschechien, Slowakei, schon ganz kurz Ungarn, Kroatien, Bulgarien, Österreich, Italien. Ich habe vor zwei Wochen Gespräche geführt, Gespräche geführt mit, in der Schweizer Botschaft, die haben das jetzt auch ein Moratorium durchgeführt. Sehen Sie sich doch mal die Lage an. Sie wollen fair verteilen und die Länder sind weg in Europa. Es gibt keine europäische Lösung dazu. Und es kommen noch mehr Länder, die das Thema, aus dem Thema globaler Pakt für Migration aussteigen, dazu. Wie wollen Sie denn eine faire Verteilung überhaupt noch realisieren? Das wird nicht funktionieren. Wir sind als Deutschland mit wenigen anderen noch allein. Und dort wollen Sie dann die Menschen alle aufnehmen? Ich habe die Frage verstanden. Und wenn Sie sich mit all diesen Leuten unterhalten haben, dann werden Sie doch gemerkt haben, dass es in diesen Ländern genauso viele Leute gibt, die wie die AfD Falschinformationen verbreiten und einen unglaublichen innenpolitischen, innenpolitischen, Ja, aber Sie wissen es doch, innenpolitischen Druck, innenpolitischen Druck erzeugen. Sie haben doch, ich meine, Herr Dr. Kuri, das war ja ein Sammelbecken an Gerüchten, an Falschbaut. Ja, Sie leben in Ihrer eigenen Welt, da kennt man Sie gut, aber wir sind hier in der öffentlichen Debatte. Und die Leute werden merken, woran Sie bei Ihnen sind. Sie verbreiten. Aber Sie haben doch eine Frage gestellt. Sie wollen doch jetzt meine Antwort hören, auf die Sie sich so freuen. Weil andere in anderen Ländern das so gesehen haben, auch aus innenpolitischen Erwägungen. Aber ich sage Ihnen, meine Damen und Herren der AfD, ich bin Abgeordneter des deutschen Volkes. Und deswegen erwartet man von uns, dass, wenn wir sagen, dass etwas richtig ist und diesem Land dient, dass wir dafür stehen, egal wie andere Länder entscheiden, wir müssen uns doch mal gerade machen. Wir müssen uns doch gerade machen. Ich kann doch meine Entscheidung nicht von anderen Ländern abhängig machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich verstehe selbstverständlich die Emotionalität der Debatte. Ich möchte darauf hinweisen, dass das Präsidium nicht dazu da ist, eine Bewertung vorzunehmen, solange sich die Beiträge im Rahmen der Gesetze erhalten, sind sie zu tragen. Manche sind zu ertragen. Aber ich habe bisher nicht feststellen können, dass die rechtlichen Rahmen überschritten worden sind. Wir machen hier keine inhaltliche Zensur. Frau Weidel ist, glaube ich, irgendwann mal in die Schweiz migriert. Und migriert hoffentlich sicher, geordnet und regulär jetzt irgendwann nach Deutschland zurück. Also, vielleicht hat das ja auch was damit zu tun, dass ihre Freunde von der Schweizerischen Volkspartei eine Initiative gegen die Massenzuwanderung gemacht haben, die sich insbesondere gegen Deutsche richtete, die in die Schweiz wollten. Frau Weidel, Sie sind uns herzlich willkommen in Deutschland. Machen Sie keinen... Sie sollen uns ja bei Ihnen bedanken, dass wir das heute hier debattieren dürfen, Herr Gauland. Ja klar, die Mainstream-Medien haben auch noch nicht über die Gefahren von Chemtrails berichtet. Die Mainstream-Medien haben auch noch nicht darüber berichtet, dass Deutschland nach Ansicht einiger ihrer Anhänger immer noch ein besetztes Land ist. Darüber berichtet. Was ist das für eine Verschwörung, Herr Gauland? Das ist ja eine Verschwörung gegen die Wahrheit. Meine Damen und Herren, Sie haben jetzt noch gesagt, es wäre ein Missbrauch des Petitionsrechts. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die Petitionen sind dafür da, dass die Bürger in diesem Land die Möglichkeit haben, mit dem Parlament zu kommunizieren und ihre Anliegen vorzubringen. Und wenn da eine ganze Reihe an Petitionen vorliegen, dann ist es, dass die Pflicht dieses Bundestages und aller Abgeordneten hier, sich auch mit diesen Anliegen der Menschen auseinanderzusetzen. Und dann darf man auch nicht im Petitionsausschuss das Wort Dreck benutzen. Und dann sollte man hier auch nicht von einem Missbrauch der Petitionen sprechen. Die Bundesregierung behauptet dagegen, dass es sich um einen Vertrag ohne rechtliche Bindung handelt. Daraus muss man schließen. Entweder wissen Sie es nicht besser, dann sind Sie ahnungslos und außenpolitisch inkompetent. Oder Sie wissen sehr genau, was Sie tun. Und Sie belügen die Bürger. Sie missbrauchen die Solidarität der Bürger, den guten Willen. Ihr Pakt gründet zu leben auf der falschen Annahme, dass es gemeinsame Interessen global gibt. Und sie gibt es nicht. Krisenländer mit Überbevölkerung entledigen sich gern eines Teils ihrer Bürger. Reiche Länder werden zum Einwanderungsplaneten. Seit vielen Jahren erzählt auch die Kanzlerin der Großen Koalition, dass dringend gehandelt werden muss. Denn wenn nicht gehandelt wird, dann wird sich die Welt verwandeln in eine Welt, wie wir sie uns nicht wünschen. Dann wird sich die Welt verwandeln in eine Welt, wo Dürren noch häufiger werden, wo Stürme noch heftiger werden. In eine Welt, wo der Meeresspiegel unkontrolliert steigt. In eine Welt, in der die Unwetter unkontrollierte Ausmaße annehmen. Und das ist eine Welt, die wir weder für uns noch für unsere Kinder und Kinderskinder wünschen. Und das ist eine Welt, die wir verhindern wollen. Und glaubt denn irgendjemand hier ernsthaft, außer ein paar Rechtsextreme, glaubt denn irgendjemand hier ernsthaft, dass die Klimakrise auf die USA beschränkt bleibt, dass die Klimakrise auf die kleinen Inselstaaten beschränkt bleibt? Nein, die Klimakrise wird bei uns ankommen, wenn wir nicht tragkräftig handeln. Sie machen es schlimmer, Sie machen es mit der Strommodell kaputt. Da verstehe ich ehrlich gesagt nicht, was die SPD eigentlich treibt. Deshalb, ich würde mir wünschen, dass wir eine Bundesregierung bekommen, die wieder dafür sorgt, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht Nachzügler ist in Katowice, sondern dass die Bundesrepublik Deutschland wieder Vorreiter wird. Das wäre etwas, was ich mir von dieser Bundesregierung erwarten würde. Bei der nächsten Fragerunde, quasi im selben Atemzug, behauptete Herr Lebermann, dass die Temperatur seit 1850 um 1,1 Grad Celsius gestiegen sei. Auf meinen deutlich vernehmbaren Zwischenruf, er saß direkt vor mir, dass wir dann ja jetzt eine Durchschnittstemperatur von 16,1 Grad haben müssten, sagte er gar nichts mehr, sondern nur, dass die Hypothese vom menschengemachten Klimawandel felsenfest stehe. Mehr nicht. Eine reine Behauptung ohne jeglichen wissenschaftlichen Beweis. Und nochmal, es gibt keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis, kein Experiment, kein Versuch, der die Hypothese einer Ursache-Wirkung-Zusammenhang zwischen CO2 und Klima beweist. Nichts. Gar nichts. Sie sind darunter tiefrot. Und unter diesem grünen Mäntlichen haben sich in der Geschichte ihrer Partei Pädophile, Inzestverhabenloser, Kommunisten, Maoisten und bis zum heutigen Tag Deutschlandhasser und Deutschlandabschaffer versteckt. Die Linken und ihre Antifa tragen ihren Deutschlandhass wenigstens offen vor sich her. Sie verstecken sich hinter der fast täglichen Postulierung von neuen Katastrophen, Waldsterben, Insektensterben, der Untergang der ganzen Welt durch die vermeintlich menschengemachte Klimakatastrophe. Sie sollen ablenken von ihrem eigentlichen Ziel, die Abschaffung des Nationalstaates Deutschland. Dass die SPD da mitmarschiert, ist klar. Sie haben in ihrer Geschichte Deutschland nicht nur einmal verraten. Die FDP heißt nicht umsonst im Sprachgebrauch außerhalb dieses Hauses Steigbügelhalterpartei, weil sie sich ja zertenten, jeder Partei anbietet, um auch ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Herr Kollege Hese, unter der Voraussetzung, dass die Uhr wirklich geht, davon gehe ich aus, haben Sie tatsächlich exakt acht Minuten gesprochen plus Beantwortung der Zwischenfrage. Wir sind da sehr sorgsam bei der Überwachung der Zeitnahme. Das ist wie beim Fußball. Ich habe den Zwischenruf leider nicht verstanden, aber... Das war wahrscheinlich nicht so wichtig. Oh, Entschuldigung, Frau Ministerin, Sie müssen einen ganz klaren Moment Geduld haben. Sie können auf dem Stuhl der Kanzlerin Platz nehmen, wenn ich Sie mal vorgehalten habe. Der Kollege Ralf Lenkert hat um eine Kurzintervention gebeten, weil er sich persönlich angegriffen fühlte durch den Beitrag des Kollegen Hilse. Und ganz zum Schluss, lieber Herr Hilse, dass Sie hier das CDR-Pionierlied zitieren, das spricht für sich. Vielen Dank, Herr Kollege Sitter. Ich darf den Geschäftslein darauf hinweisen, dass eine Zwischenfrage nur während der Rede gestellt werden kann, und nicht am Ende, dann wäre es eine Endfrage. Aber... Und es ist ja so, Sitzungswoche für Sitzungswoche trage ich vor, was notwendig wäre und was möglich wäre. Und teilweise könnte ich hier massenweise Aluhüte nach rechts verteilen. Und Herr Sitter, Sie haben sich heute auch einen verdient, einen Aluhut. Zunächst möchte ich noch mal eine Sache klarstellen. Wenn hier in diesem Haus in Richtung der SPD-Bundestagsfraktion von Verrat gesprochen wird, von Verrat am Volke, auf eine plumpe Art und Weise, dann zeigt das eigentlich nur eins. Es zeigt, dass angesichts der gesamten Erfolge, die die Sozialdemokratie über 150 Jahre bewiesen hat, am Dienst des Volkes, über Gleichberechtigungspolitik, über Frauenwahlrecht, über Arbeitnehmerrechte, über Friedenspolitik, Wenn Sie trotzdem dieses Vokabular hier uns gegenüber in den Mund nehmen, dann zeigt das eins, dass Sie Feinde der Verfassung sind. So, ich möchte jetzt gerne weiterreden, ohne ständig unterbrochen zu werden. Können Sie dafür sorgen? Frau Kollegin, reden Sie weiter. Und wenn es zu laut wird, vorher auch immer, werde ich eingreifen. Es war zu laut. Jetzt sagen natürlich wieder welche, es kommt ja jetzt auch gleich wieder, dass man das leugnet und dass man den Fakten nicht glaubt. Und dann wird auf Seiten verwiesen, wie klimafakten.de. Und da kann man schön drauf schauen. Da reicht ein Blick ins Impressum, um zu sehen, wem so eine Seite eigentlich gehört. Das ist nämlich die Cefap GmbH. Und wer hat Cefap ins Leben gerufen? Der frühere Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und vormalige Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Rainer Barke. Währenddessen Zeit im Ministerium ausgerechnet die DUH einen millionenschweren Dienstleistungsvertrag abgriff. Das ist schon ein klein wenig seltsam.